Wer geimpft, getestet oder genesen ist, kann ab kommenden Mittwoch wieder in Lokale oder Theater gehen, wenn die wieder aufsperren. War's das jetzt mit den Lockdowns? Darüber spricht Patrick Batschen, gleich mit Modellrechner Niki Popper. Niki Popper in seinem Element. Seine Rechenkurven und Prognosen begleiten uns seit Pandemiebeginn. Sie waren fast von Anfang an Grundlage für Lockdowns und Öffnungsschritte. Wie weit sind wir denn von diesem Punkt, dass es so steil bergauf geht, entfernt? Weit. Also ich glaube, das kann man auch mit Fug und Recht sagen. Doch schon lange vor Corona hat der 47-jährige Wiener seine Leidenschaft für die Wissenschaft entdeckt. Er studiert Mathematik und arbeitet lange als Wissenschaftsredakteur im ORF. Seit vielen Jahren forscht und arbeitet er nun schon an der TU Wien. Dort sucht der zweifache Vater gemeinsam mit seinem Team mathematische Antworten für die Volksgesundheit. Das Pandemie-Rechnen hat man hier zunächst auf eigene Faust begonnen, bevor Stadt und dann auch Bund einen offiziellen Auftrag erteilt haben. Mittlerweile ist Niki Popper einer der Experten im Beraterstab der Coronavirus-Taskforce im Gesundheitsministerium. Und bevor am Montag der Lockdown zu Ende geht, wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Gemeinsam mit Niki Popper. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Sie sind natürlich kein Wahrsager, aber Ihre Prognosemodelle sind sehr genau. War das jetzt der letzte Lockdown in Wien oder wird es noch einen geben? Naja, das ist natürlich die spannendste aller Fragen. Also vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen ja. Weil sehr viele Dinge für uns sprechen und sehr wenige gegen uns. Also das kann man so ein bisschen abwägen. Und im Moment spricht für uns, dass wir geimpft werden, dass es eine Grundimmunisierung gibt, dass wir noch immer Maßnahmen haben, Hygienemaßnahmen, dass wir screenen. Und dagegen spricht, ja, es könnte Mutationen geben. Aber sozusagen diese Waage ist im Moment gerade sehr für uns. Wir hätten im März ein bisschen mehr noch machen können, dann wären wir jetzt noch weiter unten. Hätten wir vielleicht noch früher aufsperren können. Aber im Grunde schaut es gut aus. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir dranbleiben. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, aus heutiger Sicht der letzte Lockdown. Die Tendenz geht ja in die richtige Richtung. Die Sieben-Tages-Inzidenz war diese Woche zum ersten Mal seit vielen Monaten unter 100. Wie groß ist denn die Gefahr, dass wir mit diesen Öffnungen nächste Woche sozusagen, dass alles wieder in die andere Richtung geht? Na, die Gefahr ist nicht groß. Es wird so sein. Nein, also das heißt, wir legen jetzt wieder ein Schäufel sozusagen auf der Waage dazu, dass wir halt wieder nach oben gehen. Das wird so sein. Aber das hat ja auch einen wirklich inhaltlich wichtigen Sinn, nämlich, dass wir aufsperren. Und das ist ja das Entscheidende. Wir müssen ja jetzt in eine Realität kommen, wo wir mit der Epidemie umgehen und wo wir unser Leben aber auch zurückbekommen. Und ja, da wird jetzt dann wieder was passieren. Aber wie gesagt, die Schäufel, die wir sozusagen auf der Seite haben, um die Epidemie in Griff zu haben, die sind sehr groß im Moment. Vor allem auch, weil die Temperatur, weil die Saisonalität, wie wir sagen, dabei hilft. Also, da sind wir schon guter Dinge. Aber wir müssen dabei bleiben, dass wir drauf schauen. Sie werden ja aufgrund Ihrer Aussagen auch als Regierungsberater immer wieder angefeindet. Was kommen denn da eigentlich für Nachrichten und von wem? Naja, es kommen eigentlich sehr viel freundliche Nachrichten. Also jetzt heute, wie ich da hergegangen bin, hat Pfeffer angesprochen und habe gesagt, das ist super, was Sie machen und so. Machen Sie weiter. Also, das ist eigentlich die Mehrzahl der Nachrichten. Und es gibt Nachrichten von Menschen, die halt verzweifelt sind. Und ich verstehe das auch. Also, ich meine, wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie ihre Existenz verlieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn Menschen schiere Angst haben, dass sie oder ihre Liebsten krank werden, dann schreiben die halt Dinge. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, dass wir bestmöglich kommunizieren, was Sache ist. Ihr Markenzeichen ist ja ohne Frage auch Ihre Frisur. Gibt es dazu eigentlich auch Nachrichten von dem einen oder anderen Seher oder Seher? Ja, da gibt es viele Nachrichten. Und ich habe mit meinem Sohn jetzt ausgemacht, der hat eine noch sehr viel ärgere Frisur als ich. Dass wenn wir durch sind, dann werden wir uns beide die Haare schneiden. Wenn was passiert ist? Wenn wir jetzt wirklich durch sind, dann werden wir uns die Haare schneiden. Das heißt, der Friseur-Lockdown hat Sie nicht so gestört in den letzten Monaten, oder? Nein, wenn ich jetzt wirklich der Überzeugung bin, dass wir sozusagen wirklich stabil auf einer guten Entwicklung sind, dann werden wir jetzt zum Friseur gehen. Ich hoffe, Sie dürfen dann mit der Kamera dabei sein vielleicht. Was viele nicht wissen, Sie sind auch ein leidenschaftlicher Koch. Und wenn nicht gerade Corona ist, stehen Sie auch ab und zu in einem eigenen kleinen Lokal im Simpenbezirk. Machen Sie das wieder, wenn jetzt die Gastrohrie wieder aufsperren darf? Ja, wir haben eigentlich im Grunde letzten März zugesperrt und auch nicht mehr aufgesperrt. Und auch das werden wir, wenn es jetzt wieder stabil ist und wenn wir sozusagen wirklich in eine gute Zukunft blicken können, werden wir dann wieder aufsperren. Und dann werden wir auch wieder kochen. Es gibt ja Leute, die sagen, das kann ich besser wie modellieren. Ist das so? Was ist denn Ihr Spezialgericht? Spezialgericht? Puh. Oder wofür Sie berühmt sind in der Küche? Also in Wirklichkeit koche ich sehr gerne Suppe. Ich koche sehr gerne Suppe, weil das dauert so lange. Da kann man sich konzentrieren. Worauf freuen Sie sich dann am meisten, wenn nächste Woche alles wieder aufsperrt? Dass die Kinder endlich wieder in der Schule sind, oder? Ja, in der Tat freue ich mich, dass meine Kinder dann wieder in der Schule sind. Ich liebe sie sehr und innig, aber ein bisschen Abstand macht schon auch Sinn. Also ja, ich glaube, wir alle freuen uns darauf, dass das Leben wieder seinen normalen Gang nimmt. Niki Popper, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und gekürzt. Die langen Version gibt es online auf wien.orf.at und in unserer ORF-TV-Tik.